Einen wunderschönen Sonnenschein an euch hier draußen und herzlich willkommen zu Monopoly Go! Ja, die Go-Variante, die Mobility-Variante. Mein Name ist Marco Lohr, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Stream, diese neuen Aufnahmen und wie ihr an meine Stimme hört, bin ich ein bisschen wieder auf Erwachsenen-Tour gelandet, meine Stimme ist ein bisschen sauber geworden, durch eine Erkältung, die ich jetzt habe, aber es ist okay, ich verratete auch die Stimme, die ich habe, die Nase geht schon wieder, also alles wieder auf dem Weg der Besserung, das heißt, ich werde auch diesen Stream jetzt versuchen, nicht allzu lang zu machen, um die Stimme zu schon, dafür kannst du einige Warten kurz zu haben. Also, lassen wir uns sehen, was wir uns sehen. Chef, lasst uns sehen, was es alles Tolles gibt. Los geht's mit Monopoly Go! Und natürlich geht auch so, kaufen, 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 nein, wir wollen nichts kaufen. Wir haben wieder unsere Gemeinschaftsruhe, die wir öffnen können. Wir haben hier oben noch eine Mission offen, 337 von 350 Helmen, nicht mal so. Ja, dann kriegen wir 53 Helmen von uns. Wir können was für einen Roboter sammeln, ein paar Münzen. Da hat dieser Roboter. Und und so auch noch mal Geld, Münzen und irgendwas anderes zu erspielen, also auch verschiedene Sachen, die wir da gewinnen können. Wir haben hier unser Amboss-Spiel, dauert noch 10 Stunden, da liegen wir jetzt also Platz 6, kommt nicht sehr, da fehlt so weit oben, ja, und dann bescheide einfach noch Deals, keine Ahnung. Wir nehmen erstmal unser gratis-Geschenk wieder mit. Bis alle 8 Stunden können wir was gratis einsachen und diesmal ist es 4,6 Millionen, 20 Wirköl und 5 Minuten, die wir sehen, wo wir da benötigen. So, was haben wir heute noch gemacht? Oh, nicht viel, Gott sei Dank. Das ist die Schnelle bei den Effi und habe noch, da können wir gleich nebenbei ein bisschen weiter ausbauen. So, den auch noch. Wunderbar. So, dann wollen wir starten mit Monopoly Go. Wie gesagt, wir lassen uns mal, wir machen die Aufräume richtig kurz, das heißt, wir gehen jetzt gleich maximal an Power rein. Wir hoffen, dass das nicht lange wird, in Sachen wegen der Stimmung, schon und wie starten wir rein, mit Island Apples. Bei Roger. Roger, willkommen bei YouTube. Aufhänge, Geschaffsamlaut und vielen lieben Dank zu Jungen, liebe Grüße von YouTube. So. Ich mache mir jetzt eine Anbosser und dann mit den Anbosser auslaufen und auch wieder gratis Münzen zu erspielen. Oh, das ist kürzeste Ausgabe von Monopoly Go, die wir niemals gemacht haben. Tuff, 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 wir fahren mit dem Zug. Zum Abschluss war eh Romantik Westa 63. Und es gibt nicht viel, nur noch zwei Millionen. Dankeschön und liebe Grüße von YouTube. So, Antworten, wie wir es nützen? Nein, noch nicht. Schade. So, wir geben wieder Preisen bei Elisabeth. Hier ist Brett. Ach, auch noch, das hat sich um zwei. Ich sage, sie wird 3,2 Millionen. Liebe Grüße von YouTube, obwohl man direkt hat sie genug genug. Um Schweine hat sie genug jetzt. Hat sie noch Schweine achten. Da gibt ihr 90 Grad Rübel. Toll, haben wir die auch noch geschafft. Mehr oder weniger toll. Bisse. Fünf von diesen Minzen haben wir auch schon. Das muss ich dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen erhöhen. Vielleicht wird es noch mal über die Stimme lassen. Ich werde auf jeden Fall gleich ein Kaffchen machen, weil ich muss einfach meinen Tag täglich ein Zorn aufnehmen. Ja, weil wir in dieser Form sind jetzt eine Fanate, ein Tag später, weil wir ein bisschen Vorschung haben, ein Tag später als jünger Stimme ist. Aber es ist nicht so. Dankeschön, liebe Raffi Breffel. Für 15 Mal pro Million. Liebe Grüße von YouTube. Und unsere Nächsten. 25 Mal pro Million. Okay. 30 Mütze umsonst. Und die Nächsten noch machen wir uns heute. So, oben drauf. Damit haben wir schon. sowohl 15 Mal mit der Bahn. Und wir fahren mit der Bahn. Duft, 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 duft. Wir fahren mit der Bahn. Duft, duft, duft. Einen Mega-Überfall. Also, ich möchte ja in etwa, also, summiert mal 10. Ich glaube, hier so mal 3. Oh, heute mal mal 5. Würde ich gerne mit dem. Würde ich gerne mit dem. Aber. Punkt. 50-50. Wäre Groß-Überfall oder Mega. Oh, dann gehen wir mal. Gut, Mh. Okay. Mh. 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 Äh. Ja. Ja, okay. Vielen Dank, Jungs. Danke schön, Jungs. Und liebe Grüße von YouTube. Ich merke schon, es gibt jetzt nichts in YouTube. Also jetzt ein Hörbuch machen, ne? Und ich kann nicht anfangen zu sprechen. Das würde gut, Jungs. Vor allem, ich habe am Ende viel gehört. Ich weiß nicht, wie ihr meine Videos erkennt. Aber, naja. Die Beste erkennt auch nichts. Bevor ich noch mit in der Messung bin. Endigermaßen. Vielleicht zuhause noch mal ein bisschen. Ich kann auch mal sehen. Darf ich mal sehen. Ich muss gleich noch mal den Garten machen. Bevor ich was separieren muss, für meine Frau. Ich muss noch mal sehen. Ich muss noch mal sehen. Wie die. Einmal etwas kaputt machen. Oh, doch nicht. Hier kommt mal ein Publikum. Alter, eine sehr schöne Zeitmaschine. Die Zukunft ist nicht aufhaltbar. So. Dankeschön, wer. Für 3,2 Millionen. Die Begrüße von Dippen. Die Begrüße von Dippen. Und wir machen wieder einen Magmafall. Bei der Annette. Erhöre die Begrüße von Dippen. Ein bisschen, bis das lohnt. Ob wir ihn kriegen, das noch nicht mehr hinstellt. In den 2 Jahren. Die Begrüße von Dippen. Die Begrüße von Dippen. Die Begrüße. Die Anette. Und wieder weiter zum Bahnhof. Bibini. Adres. Bei. wie viel neptun 0 9 oder so ähnlich so wie man die das dach dem bankräume da ein traum für die auch manche aufmachen damit erst an die machen danke ausziehen alles zu erhalten was den scheinen aufhören kann denn immer schön lasst es laufen bei 2 millionen viele grüße und dankeschön So, Achtig, wieder mit Abheißen. Schiri, haben wir Glück. Geben wir nach Hause. Dankeschön und liebe Küsse. Unser Rezept hat den letzten Würfel noch 16 Stück. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Geld. 19 Millionen bekommen. Aber das wollte wir bei Maddis. Wir geben dazu den Typen bitte Geldschwein in Hand. Als Spielbücher mit der Kursseher gehört der Fäge 5,2 Millionen. Dankeschön lieber Maddis. So, ich finde immer gerne eine Münze haben sie mit diesem Helm. Aber irgendwie hübsch der ganze Zeit dran vorbei. So, fertig. Stopp. Ja, ich würde 19 Millionen haben, aber irgendwie ist unser Stück immer ganz toll. Und noch mal 10 Hüttel. Miete. Die letzten 6 Hüttel und dann werden wir sehen, wie weit wir entkommen werden. Mit den, ich nenne es mal ein bisschen Geld nur. Das machen wir hier. Ja, na, na, na. Aber wir kommen auch begnümer auf diese Münze. Ne? Ah. Okay. Ist egal. Eigentlich mal eine kurze Fock wieder. Ah, Münzen. Zwei Stück. Toll. Stopp. Letzte Chance auf Münze. Stopp. Aha. Okay. Den hat nicht. 69 von 70. Ist auch okay. Dann wollen wir mal, äh, unseren Roboter. Wir haben unseren Roboter ja noch. Ähm. Nehmen wir den jetzt mal. Das läuft noch heute nicht. Kannst du es tun. Wir hören mal richtig im Bus zu müssen. Probierst du jetzt die Maximal. Ne? 10 Mal Maximal. Okay. Nehmen wir 10. Äh. Let's go. Geh doch. Es war zu ner Würfel. Also besteht doch die Chance auf die 19 Millionen. Hallo? Was war das? Interessant. Dann machen wir den Scheinern. Also die Münzen. Und wieder ein paar Würfel. Wunderbar. Ja. Sehr schön. Sechzig Würfel schon. Gesamt. So. Die letzten 25. Derzeit. Die letzten 20. Es wird wieder eine Nullnummer. Und die letzten 10. Ich brauche schon mal 100 Würfel wenigstens. Okay. Dann machen wir 10. Ach. Warte. 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 So. Das war's. Das war's. Und wir haben unten sogar fast die Nullnummern. Die 400? Oder haben wir sie schon? Ich weiß es nicht. Wir werden's gleich sehen. Erstmal sind wir jetzt die da. Ne. Die 400 haben wir nicht ganz ab. Okay. Jo. Schade. Dann machen wir wieder auf Maximal 10. Warte. 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 Stimmen. Schonungs. Säcke. Okay. Nein. Mega. Ich hab' das gerade platziert. Mal. Warte. Jetzt mal 2 Millionen. Oder. Mal 3. Weiß nicht immer Mal 3. Ich weiß nicht warum. Aber ist okay. Vielleicht haben wir jetzt. Gold. Geld. Gold. Ding. Ähm. Gold. Nein. 17. 17. Aber 4. Ist egal. Aber nicht am Dankeschön in Hand. nur im Moment nicht irgendwas. Was macht wohl. Was macht wohl. Das war ja jetzt mal die Lachnummerkrise. Aber Hauptsache was haben. Also. Kostenlos ist besser als sonst. So. Genau. Jetzt gibt's hier was Schönes von Manuela. Mit Stoff. Kommentar da oben steht. So angestrengt. Wir hätten was sehen. was ist das? Hast du was gemacht? Ja. Jetzt steh das tief. Bis zum nächsten Mal 2 Millionen. Danke schön Manuela. Liebe Grüße von YouTube. Gleich wie einfach hat sie gesehen. Ab zum Wandel. Ich habe gerade den letzten 51 Würfen, die wir gleich haben, gesagt gesehen. Kommen wir noch mal auf eine Münze hoch oder nicht? Jetzt mal packen wir mal an bei Samir. Der FB ist ja nur für 18,7 Millionen die Würfe von Youtube. Schon mal ein bisschen kleiner. Ich habe mich noch mal wieder auf die Uhr mit der Zwischenzeit. Ich bin gerade zu. Ich mit den Münzen. Wozu überhaupt? Halleluja, die Münzen hast du geschafft. Eieieiei, hat ein Schwergebot. Und der letzte Woche, wir haben nicht mal eine von diesen komischen anderen Münzen gebaut. Wie lange läuft die Roboter-Mission? Auch 3 Tage. Das dürfen wir hinkriegen. Das dürfen wir hinkriegen. Letzter Wurf. Und dann gehen wir jetzt ausbauen. Mal sehen, wie wann wir kommen. Oder, nee, warte mal. Die Gemeinschaftstour. Nicht vergessen, die Gemeinschaftstour habe ich auch noch. So, dann mal sehen wir, dass wir Gemeinschaftlich was gewinnen. Also mindestens ein Bonus gibt es. Zwei Bonus gibt es schonmal. Wunderbar. Nächstes Geschenklauch da unten. Und Würfel. Okay, also mindestens zwei Boos haben wir. So, jetzt schonmal 9 Millionen. Mal gucken, ob es weiter geht. Jetzt schonmal zwölf. Mal weiter, jetzt schonmal 15. Mal 18. Mal 18. Mal 18. Mal 18. Mal 18. Mal 18,9 Millionen. Mal 19. Mal 19. Mal 19. Dann kriegen wir ein paar Gratiswürfel. Er dreist weiter nach. Elektramar... Elektramar? Ja. Zumindest in den Shopping Mall. Also die Chance besteht immer, dass wir ein paar Münzen sind. Mit den letzten 60 Würfen. 5? Maximal 5? Na toll. 65 München. Da kommen wir nur 5 München. Auf jeden Fall ohne 5 München sind wir nicht mehr bekommen. Das wäre joholisch. Servant. Servant. Was ist Servant? Willkommen auf YouTube. Und mal sehen uns noch schnellst, wo du es hast. Wir hätten jetzt eine schöne Laktion aufgenommen. Wir setzen es mal mitten in die Mitte hin. Das klappt. Klappt nicht. Dankeschön für 1,6 Millionen. Oh, was ist es so schön. Wie ist es so schön, wenn wir caucheln am slowen. Noch mal aufgenommen. Einmal das Wasser rein tun. Einmal das Wasser. Mach speisesen von Wasser. N Beauchlin. Vierd Mäuern soll das Wasser rein. Ich hätte hier noch eine Münze gewinnt. Eine Münze, Freunde. Okay, hat sie erledigt. Es hat sie erledigt. Wobei gab es nochmal? Ich habe es vergessen. Achso, ich kann dir gucken, ob ich sie folgen. Ich wollte gucken, wofür es sie gibt, aber es ist okay. Gut. Dankeschön, lieber Roboter. Ja, dann gehen wir doch mal ausbauen und dann sind wir dann wahrscheinlich heute schon durch. Mit der Ausgabe von mir noch Polibro. Ich wollte sagen, es sei denn, wir schaffen es komplett durchzubauen, schaffen wir aber nicht. So, und da parken wir. Also, das war's für heute von Monopo.de. Meine etwas schnellere Ausgaben mit Absicht gemacht, weil wir unsere Stimme schon müssen. Wir sehen uns also demnächst wieder in der Sonne und Notisgabe von Monopo.de. Ich bedanke mich für's Zusehen. Denkt dran an die drei Bausteine von YouTube. Liken, kommentieren, abonnieren. Oder umgekehrt. Müsst ihr wissen, ne? Abonnieren, liken, kommentieren natürlich auch. Also, sucht sowas aus. Die drei Bausteine von YouTube. Bis zum nächsten Mal. Euer Marco Lorenz. Mach's gut und bis bald. Cool aligned. Cool's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. bye, bye. Okay. Bye. See ya. Bye.